In einem Kilogramm von den freisamen Meer an der Entwirkung der Osttage verlassen. Ja, das ist so praktisch. Und dann geht's. Hotel Vennberg. Hier kannst du rumlaufen. Hier siehst du keinen einzigen Deutschen. Die fahren ja alle nicht mehr her. Die sind zu teuer. Und keinen richtigen Kaffee. Hotel Vennberg. Ich mach jetzt eine Berichterstattung. Und das können die Deutschen sich dann in der Hand gucken. Dann brauchen sie überhaupt nicht mehr hin. Ja, das guck ich mir im Internetansatz da ein. Ja, das mach ich auch mit der Hand. Da fahren wir gar nicht mehr hin. Ja, dann vielen Dank. Das ist super auf der Internetseite. Den Preis wird er an der dritten Osttage verlassen. Das sollte auch so sein. Ich hab's doch schon mal so gehabt, dass einer sich den Film angeguckt hat. Und dann hat er gesagt, Mensch, da fahr ich aber nicht hin. Da liegen ja die Badegäste alle auf dem Tonblatt. Und die Trecker fahren da gleich nebenan. In 900 Metern haben sie ihr Zwischenziel erreicht. Region ist das Ziel. Ja. Hier im Oberleifungsbus. Region ist das hier. Man muss sich auch über den Loppel quälen. Das ist ein Unterricht. Die Klärung ist die Abenteuerung. Das war eine Kilometer. und leider hat sie nicht an차geriert. Das war auch nicht so. Infehlende Stoß. Das war nicht wirklich so. Ja. stürte ich das in die Luftballung. Ich würde auch nach, wie man zu? Das war nicht einfach mal. Hier ist die Abenteuerung. Also macht es hier. Guck mal, ist er halt. Kein Mensch. So, bitte, hat das jetzt auch. Ja, heute ist der 8.10.2015. Siegertalte links. Sie haben hier Zwischenzüge erreicht. Das ist sowas. Was hier auch nicht vorhanden ist, sind Gäste aus Afrika, oder der Levante, oder dem Wacken. Wir brauchen keine Gäste hier aus der Gegend. Die 200 Metern den Freisband her an der Drittenausfahrt verlassen. Auch hier am Milano Malta fliegen. Den Freisband her an der Drittenaustfahrt verlassen. hier einmal hier an der I-Bellet. Hier kommt die Wacken. Das ist die Sprache aus Rumänien. Das heißt so viel wie. Hello, welcome. Der Toch. Dann gucken wir mal hier. Hier ist der Otto. So, wir fahren jetzt in der Ostsee- oder Nordsee-Bund. Da brauchst du nicht irgendwas zu warten. Hierher, weil das heißt wirklich. Die Situation ist ähnlich. Du kannst gleich zuhause bleiben. Und hier ist es auch nicht billig. Ganz wichtig ist es nicht billig. Hotel war eben 80 Euro. Das sind da irgendwie 100 Umkriegerinnen, die sich auch da alles von den Tellern reißen. Mit denen muss ich denn um die Wette kämpfen. Damit ich da was abkriege. Aber viel zu wenig. Das waren alles italienische Rentner. Und sehr oft. Das war das. Das war sehr gut. Wir sind die Kassel. Wir sind die Kassel. Wir brauchen jetzt eine Marina G in Italia weiter Hotel Covalo Kaumgäste Hotel Altec Die weiß man hier an der zweiten Ausgabe verlassen diameter 3 1 4 3 Die Die Fahrer haben gereist, den Begrüßler auf den Ampani, Abatakati, was soviel heißt, auf den Zugohotten-Tort. Guten Tag, morgen, wieviel Löwen hast du heute schon gefangen? Die Sprache der Zugohotten-Tort wird in Afrika. Das ist eine phazetische Fracke dahinten. In einem Kilometer heißt es abwiegen. Polizia Municipale. Einmal, da gibt es Gendarmerie, da gibt es auch noch... ...und sonst was. Canna Benieri gibt es auch noch, drei verschiedene Sohnen. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite der Adria fahren, würden sie öfter mich beantworten. Jeden Tag das sagen kann. Aber hier, hoffe ich alle. Mit meinem Gokomobil fahre ich erstmal jetzt die Adria runter. Ja. Ach, das war vielleicht ne Deutsche. Meiner der wenigen Gäste hier. So, eine Ankehr bis direkt am Strand. In 300 Metern rechts abbiegen, auf die Haarangeweihung. Weiß noch was auch ein paar Fahrzeug im Bisene, in Basis.